Immer neue Corona-Varianten, immer neue Impfstoffe, immer wieder impfen, impfen, impfen. Wird das unser Leben? Fragen wir den Virologen Klaus Stöhr heute früh hier bei BILD Live. Schönen guten Tag, Herr Professor Stöhr. Also wird unser Leben so aussehen, alle drei oder sechs Monate immer wieder impfen, 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 weil immer neue Varianten auftauchen? Die kurze Antwort lautet nein. Sie haben vielleicht den Chef von BioNTech etwas verkürzt zitiert. Er hat natürlich gesagt, dass es unter Umständen sein könnte, dass man alle drei Monate vielleicht boostern muss. Aber das ist ja so allein für sich stehend nicht richtig. Was richtig ist, ist, dass Ältere, die jetzt geimpft werden würden, sich boostern lassen würden, noch einen guten Immunschutz haben werden, auch gegen Omikron, über die nächsten drei, vier, fünf Monate. Bei Jüngeren würde der Impfschutz sogar noch länger halten. Und über den nächsten Sommer hinweg braucht auch keine Impfung, aufgefrischt zu werden. Der Infektionsflug wird sehr gering sein. Zehn bis 15 Mal geringer als jetzt. Das hat man im letzten Winter gesehen mit dem Coronavirus und in allen vielen Wintern davor mit den Atemwegserkrankungen. Und im nächsten Herbst wird es so sein, dass die über 60-Jährigen, aber auch vulnerable Diabetes-Patienten, Patienten mit chronisch obstruktiver Pneumonie, Raucher, Übergewichtige sicherlich von der Impfung profitieren werden. Und die sollten sich dann nochmal boostern lassen. Aber jetzt alle drei Monate boostern, das ist ein bisschen verkürzt zitiert. Nur ganz kurz, haben wir nicht verkürzt zitiert. Wir haben das Zitat kurz gemacht, aber nicht verkürzt. Herr Schein sagt nämlich, er rät jetzt schon nach drei Monaten wieder zu boostern. Er hat das nicht verallgemeinert, nicht für die Zukunft gesagt. Das haben wir nicht gesagt. Nur wir haben die Frage daraus abgeleitet, wird jetzt unser Leben so aussehen? Also brauchen wir jetzt alle drei, sechs Monate einen frischen Booster? Da sagen Sie ganz klar nein. Das war kurz zitiert, aber nicht verkürzt zitiert. Ja, Entschuldigung. Ja, ich wollte das nicht falsch interpretiert wissen. Aber es ist tatsächlich so, wer sich vor den letzten drei, vier, fünf Monaten hat boostern lassen und unter 60 ist, also eine sehr, sehr geringe Chance eigentlich hat, schwer zu erkranken, der sollte sich das überlegen vielleicht noch mal vor Silvester. Dann sind ja dann fünf, sechs Monate um, noch mal boostern zu lassen, auf jeden Fall. Wer allerdings über 60 ist und vielleicht vulnerable und die letzten drei, vier, fünf Monate zurückliegend die Impfung hatte, denn die letzte der zwei anfänglichen Impfungen, der sollte sich auch noch mal boostern lassen. Letztendlich kann jetzt im Herbst jeder von dem Booster profitieren. Die Älteren viel mehr, die Jüngeren auch noch, natürlich. Aber dass man jetzt glaubt, wer jetzt den Booster hatte, vielleicht vor vier Wochen oder vor einem Monat, dass er sich in diesem Winter noch zweimal Booster lassen muss, das wird so nicht der Fall sein. Und man darf auch nicht vergessen, die Impfung jetzt ist ja, der Impfstoff enthält genetische Sequenzen von einem früheren Virus. Und dieser Impfstoff schützt gut gegen Delta, aber auch partiell wird er gegen Omikron schützen. Nicht nur, weil die Antikörper dagegen schützen, aber auch die anderen Bollwerke der Immunität. Und wenn man jetzt eine frische Impfung hat, wenn die Antikörper sehr hoch sind, dann wird das natürlich sehr gut schützen gegen Delta und auch noch relativ gut gegen Omikron. Und deswegen ist es jetzt richtig zu sagen für alle, lasst euch nochmal boostern. Jemand, der jetzt vor zwei Wochen deine letzte Impfung hatte, braucht das jetzt nicht gleich wieder zu machen. Der könnte sich dann überlegen, je nachdem, wie die Situation sich entwickelt, vielleicht im nächsten Jahr nochmal im Winter oder vielleicht sogar, wenn der frische Impfstoff kommt im April, Mai. Aber ich kann mir das, muss ich ehrlich sagen, nicht vorstellen, dass dann im April, Mai noch ein Booster notwendig sein würde, so kurz vor dem Sommer. Es werden auch sehr viele Menschen dann noch die natürliche Immunität draufgesattelt bekommen haben auf den Impfstoff. Also jetzt boostern lassen und dann wird es höchstwahrscheinlich durch den ganzen Winter durchreichen. Also ein vorsichtig optimistischer Ausblick zumindest in den Frühling. Vielen herzlichen Dank Ihnen.